Mondes Mutter hat ihn bekommen, als er 18 war. Ja, ich bin in Wirklichkeit immer noch im Bauch meiner Mutter. Ich habe jetzt keinen Bock, nach rauszukommen. Ist schön warm, ne? Gerade auch im Winter. Boah, ne, was, glaube ich, ich bin... Gibst du mir eine leere Dose wieder rüber? Nein. Ihr merkt, dass ich bin aufgeregt. Ich habe mich viel mit ihrer Arbeit beschäftigt. Und ich muss sagen, ich bin ein kleiner Fanboy. Musste mich kurz outen. Xing, 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 bamm! 1-0. Karma. Karma existiert. Du warst auf der Schule, wie war deine Schulzeit? Ich war jetzt nicht jemand, der ein chronischer Schwänzer war oder sowas. Alles andere waren 5 und 6, weil ich einfach nicht hingegangen bin und drauf geschissen habe. Englisch fand ich zum Beispiel immer gut. Maybe next time you are also... Ich wollte immer gut sein in Mathe. Das ist Pythagoras, Alter. Ich habe seine Mutter gefickt. Chemie, Physik. Bin in die Physik- und Chemie-Räume reingegangen, habe mich da auf den Tisch gestellt und habe die Beamer von der Decke abgeschraubt. Fühle ich falsch? Ja gut, also, ne, aber zumindest im Chemie-Raum, ne? Also, hat ja kaum was mit Chemie zu tun, ne? Ich finde, von außen bekommt man manchmal so das Gefühl, dass deine Großeltern teilweise engere Bezugspersonen sind zu dir als deine Eltern. Du hast dich vergessen, meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Was war denn Alkohol so der Aufschlaggebende Faktor, wo du gemerkt hast, ey, das hat mich jetzt psychisch angeschränkt, dies und das? Hör ich jetzt auf? Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Krass, aber was mich interessiert ist, was hast du langfristig daraus gezogen? Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Digga, das, äh... Ja, siehst du nur jetzt? Gib, gib, gib! Ich finde, das ist ein bisschen davon noch in dir steckt. Zu 100 Prozent, Digga. Das ist geil! Fühl, ich wollte es gerade sagen. Das ist halt einfach, Digga, das, äh... Krass. Ich habe dieses Gefühl gerade im Kopf, was du haben musst. Ich kann das schon nachvollziehen, weil mein Opa hat mir was gegeben, was meine Mutter nie hatte. Habe ich oft gelesen, diese Koksparanoia. Mein Opa hat mir was gegeben, was meine Mutter nie hatte. Die Brust, oder was? Nee, bei mir war es so. Mein Opa hat mir immer die Brust gegeben. Ähm... Heute dann nicht mehr. Heute, äh, ja, frage ich halt Omis, Omis, ne, sag ich, hab ein bisschen Bock auf Milch. Kriege ich das jetzt schon. Dass ich beim Psychologen war, wegen meiner Gras-Sucht. Das kommt für dich gar nicht mehr in Frage. Da hast du ein krasses, äh, auch krasses Suchtverhalten. So, ich schwitze komplett nachts durch, hab Albträume. War hyperdepressiv und komplett gefickt im Kopf. Auch in dem Buch, was du dir geschenkt habe, da gibt's die sogenannten Prävalenzraten. Und da siehst du, okay, wie häufig ist das? Und in wie viel Prozent der Fälle entsteht eine Sucht? Und wenn du siehst, dass circa 20 bis 25 Prozent der Leute das nehmen... Ich bin gerade so in Gesprächen oder so, ne, man hat so sein Getränk neben sich stehen. Also, bei mir ist es immer mit Energy Dosen. Man trinkt einen Schluck, stellt die hin, trinkt aber gleich wieder. Ganz komisch, ganz komisch, ganz, ganz. Das ist einfach, ne, wirklich krass geschissen. Digga, dieses Drogenthema, da könnte ich Jahre drüber sprechen. Ich finde das sehr interessant. Aber, wie kamst du zu deinem ersten Näschen? Das finde ich interessant, also... Ich wiederhole mich jetzt nochmal. Ja, deswegen, weil wir gestern drüber gesprochen haben. Immer, wenn ich mir den Arsch abwisch, kann ich immer mit dem Ringen die Klobrille. Das hört sich dann immer so an. Ich komme mir den Arsch ab und ich komme immer gegen die Klobrille, Digga. Immer. Im Stehen den Arsch abwischen finde ich ein bisschen komisch, Digga. Du lebst das. Ja, ja, du... Einfach eindrücken lassen. Du hast keinen Bock, wirklich zu reisen? Wenn ich so machen könnte, überall sein könnte, sofort. So, nehmt euren Pimmel. Ja, ne, Thanos hat auch so gemacht, ne. Da waren die Leute weg und der hat den Sonnenuntergang angeguckt. Was ja auch mein Traum ist, ne. Hab da noch keinen Infinity Stein gefunden. Vielleicht, vielleicht würde ich dann da nochmal einen Trip hin machen. Ja, mal gucken. Digga, mach das, das ist ehre. Ich mach das dieses Jahr in Montenegro. Das war so ein geiles Beziehung. Kennen Sie hier... Ich glaub, Jamba... Ist das nicht Jamba? Ja, ist ja gut, Mann. Ich geh doch gleich. Ähm... Übrigens, so werd ich immer... Wurde ich immer von meinen Eltern genannt. Ähm... Ne, äh... Bei Jambas war es ja genauso, ne. Das hab ich mir auch immer vorgestellt, ne. Das erste, was ich mache, erstmal in die Bank gehen, ne. Das wäre das erste, was ich machen würde. Also, äh, jetzt nie in den Tresorraum, sondern ich würde mich, äh, zu einer Bank schnipsen oder teleportieren, was auch immer das war, äh, und dann vor an den Schalter gehen, ne. Und dann fragen, so freundlich, ob ich ein bisschen Geld bekommen kann. Ja, ähm, war geil das Video. War richtig geil zusammengeschnitten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin gleich weg. Und ihr seht mich gleich nicht mehr. In ein paar Sekunden und... Jetzt.